Hallo meine Lieben, ja jetzt geht es darum, was empfindet denn dein Herzensmensch gerade für dich? Was empfindet dir dein Herzensmensch gerade für dich? Wir lassen mal noch was rausspringen. Uiuiui, da kommt aber viel raus, was er oder sie empfindet. Und wir gucken jetzt einmal genauer hier rein. So, Denktrans ist eine Kollektivlegung, kann nicht auf jeden zutreffen. Das wollte ich nur dazu sagen. Also hier ist Unruhe bezüglich eines Endes. Vielleicht habt ihr hier einen Schluss gemacht oder so. Und da ist sehr, sehr viel Unruhe drin hier. Man hofft auf eine Begegnung mit den Gefühlen hier, mit dem Herzensmensch. Damit man auch mehr Sicherheit in den Gefühlen hat. Damit man auch emotional wieder auf der sicheren Seite ist. Und man hofft natürlich auch auf einen Neuanfang, der auch hier reinkommt. Und dann macht man sich auf die Reise in die Liebe. Und da kann aber noch was Verborgenes hochkommen. Vielleicht hat aber auch dein Herzensmensch eine Überraschung hier für dich. Und zwar vielleicht eine kleine Reise in die Liebe. Okay, meine Lieben, einen schönen Tag noch. Ciao. Ciao.